Wir sind momentan auch im Besitz von 1,8 Millionen, deshalb würde ich ganz gerne zum Dompteur gehen, um hier noch weitere Tiere freizuschalten. Wir werden einfach mal ein legendäres Tier für 100.000, das letzte. Bam! Ein Känguru! Wie cool! Was? Eine goldene Gans? Was soll das denn sein? Ist eine goldene Gans das teuerste? Nee, da eine goldene Gans für 400.000? Also da fand ich den Mensch wesentlich cooler. Hier haben wir noch Menuh, dann die Spinne, Mensch-Spinne, halb Drache, halb Mensch, keine Ahnung was das ist und noch was komisches. So, wir werden jetzt allerdings erstmal ein bisschen schlafen, bis die dann erwachsen sind. Voll ausgewachsen. Ah ne, warte, aber die sind glaube ich... Ah, ist noch nicht ausgewachsen. Ich glaube, wir können noch einmal schlafen. Ich hoffe, niemand ist aufgegangen. Sehr gut, das ist unser Phönix.